Und nochmal das Eispieg. Jetzt habe ich Eisbuff und ist natürlich... Moment. So, dann gehe ich kurz nochmal auf Kahl. Eine Minute, dann kann es losgehen. Jo. Ich wechsle in der Zeit nochmal meine Baffe und so. Allein unterhalten, Entertainment und so. Das ist grad geil. Vor allen Dingen, wenn man nicht viel erzählen kann. Wir gehen gleich wieder zum Dönersprieß. Bei mir zumindest. Äh... Was wollte ich machen? Das. Genau. Ich fühl mich so alleine. Ich bin schon wieder aller Echse. Bis auf den einen der anderen Hammer. Cool. Ja immerhin. Es ändert nichts an der Tatsache, dass immer noch zwei Morph-Echse sind. Diese Morph-Echse. Hi Döner. Hi Döner-Katze. Hm. Nimm mal und schlafen. Nein. Wo ist das Schlafen? Da. Okay. Gut noch. Ah was. Steh auf. Aufstehen habe ich gesagt. Okay. Zweifelstück blinken. Komm ich blink mit. Hi. Jetzt warten wir mich ab auf Ray. Das ist viel lustiger so. Du 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 was habt ihr denn so verworfen, ach kann ich mich nochmal angucken, ist ja dämlich, lass mir nix machen So, wieder da, haben alle angenommen? Ja, wir blinken sogar alle schon. Okay, dann kanns hier losgehen. Au, 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 was sagt denn die Uhr? Wow, okay. Ja, wir haben schon viertel vor sieben. Ja, das habe ich gerade auch bemerkt. Ich habe gerade gar nicht mehr die Zeit im Kopf gegangen, wir machen sollten nur so weit. Meine Ration. So. So, gut. Nochmal zum alten Sack runter. Jumbo, huiii. Boom. Da integriert die Erde. Ration ist immer gut. Berlin-Bombe. Eine Bombe und... Ja mal, gibst du mir gefälligst was? Ja. Jetzt hat er mir noch eine Berlin-Bombe gegeben. Und ein Bers-Brüder. Okay. Jetzt will er nichts mehr. Ist der blau? Ich sehe den gar nicht. Ach so, da. Oh, das sieht man gar nicht auf der Map. Stimmt. Oh. Ähh... D-d-d-d... Was hier brauche ich denn nicht? Ey guck mal. Guck mal her. Guck mal her. Guck mal her. Guck mal. Geschenk von mir. Geschenk von mir. Geschenk. Boom... Okay. Bombe macht so wenig Schaden. Ihr kleine. ich habe genau macht den jahr gegen baggy kalt video was läuft denn meine bombe was soll das aber wird sich nicht auf oder gefallen den will ich haben wenn ich einfach mal den fiel vorbei da hätte es dann gefallen ich will den haben die lakon virus stelle ich mir auch wenn ich glaube ich sperrte dann geil vor weil ich habe ja da eine besondere ausweichrolle aber wir haben hammer dabei ja das heißt oft umschmeißen ich meine den gegner umschmeißen trotzdem passt es wenn ihn gezielt einsetzt ja au ich bin auch nicht geflogen sorry au schmeißen wir mal hier die hartkommische einfach beim am garista meine store schade oh Aua! Und du! Böses Ding! Hey! Der hat den Buggy gerettet! Oh, ich muss aufpassen. Mein Rösschen ist das nicht zu verträglich, wenn ich da jetzt mit diesem Leben noch weiter kämpfe. Ja. Neul, der humpelt. Oh, der schnapp? Ja. Okay. Dann kannst du ja hier kurz noch die Buggys fahren. Mit dem Buggy hier. Zack. Hier nochmal eine schöne Schlagkommunik. Ja, stell dich auf. Komm her. So. Zack. Buggie haut. Das ist völlig ganz ungemüt. Aua! 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 Im Übrigen hast du dir schon mal diese ganzen Bücher gekauft, die du da kaufen hast, diese Informationen? Ne. Noch nicht. Ich schon. Hab mir das mal gegönnt, weil es ja eh so billig ist. Da müsste ich auch noch machen. Ähm. Der hat mich gerade in einen anderen Bereich geschaut. Ja. Nicht nur du. Da sind Informationen über zum Beispiel noch kommende Monster, aber nicht da. Zum Beispiel weiß ich es wegen... Ich weiß, dass es noch einen neuen Vogel gibt. Den Fischkopf. Nein. Ich meine einen anderen Vogel. Mhm. Ja. Werden wir sehen. Würde ich einfach mal sagen. Ich könnte es sagen, aber es wäre dann zum Spoilern. Aber ich bin bloß drauf. Bin ich so an. Ich weiß ja selber noch nicht genau, was es ist. Ich weiß nur, wie es aussieht im Sailing. So. Zack. Und down. Geil. Der eine hat sich noch gehalten. Yeah. Nice. Job. Du hast auch nicht eigentlich einen guten Job. Oh ja, da haben wir noch ein paar Giggis gehabt. Das ist auch nicht schlecht. Komm, die Pelz. Waaar. Ich bin auch um die Klauen. Ihr seid noch im Auslohn. Monster fluid. Allein dafür lohnt es. Thumbtout. Das war bei mir einer. Ja bei mir auch. Oh der ist tot. Jetzt macht er das Ei kaputt. Ah da hinten ist noch was zum abhacken. Ich glaube ich werde jetzt gerade fahren bis die Substance heimlich verschwinden und zum Beispiel kriegen. Ganz heimlich. Jetzt ist doch das Wasser. Oder Limo. Nun gut. Quest erfüllt. Ich gönne mir jetzt doch nochmal einen schönen Schluck. Achja. An die Objektbox versenden. Der Pilz. Rüstkugeln. Stimmt eigentlich. Ich könnte meine Rüstung auch einfach mal mit den Rüstkugeln ein wenig aufwerten. Und danach könnten wir... Naja. Er ist ja gerade abkauern. Kann ich labern was ich will. Böse Dinge labern. Ganz böse Dinge. Seine schlimmsten Geheimnisse und so. Also hört zu. Mhm. Also er ist ein... Ah no. Warum kommt denn er dann wieder, wenn ich dann was erzählen will? Verdammt. Bräuchte echt so eine Kamera bei ihm. Ob ich das abtimen kann. Wann er wieder kommt. Ob ich ganz böse Dinge reden kann. Und danach so tun kann, als hätte ich ganz böse Dinge gesprochen. Weil ich es in Wirklichkeit nie tun werde. Weil ich nicht zu einer bin. Er hatte langsam Sodbrennen gehabt, weil... Viel zu lange Aufnahmen hat er mich nicht mehr gewohnt. Zum Glück hast du nicht mit gehört, wenn ich geredet habe. Hm... Habe ich auch nicht. Gut. Und ganz böse Dinge. Okay. Schön, dass das eh auf YouTube kommt. Ja. Du guckst es dir aber eh nicht an. Das denkst du. Ich muss es ja auch rennen. Ich habe ganz lieb über dich gesprochen. Ich muss es eh rennen, also hört es jetzt. Ich habe jetzt ganz viele Lagomi-Sachen. Ich gehe auf. Bye-bye. Wer? Der Alec. Achso. C, Y, A. Was ist er schon raus? Oh, nur an uns hier. Ups. Bye-bye. Minus? So, jetzt... Wie sieht denn jetzt ein Cha-Cha aus? Arme und Beine... Arme und Beine hatte ich ja schon. Wie sieht denn der aus? Ach, das ist Kayamba. Das ist der andere. Das ist gar nicht Cha-Cha. So. Beine... Beine Schienen. Was brauchst du für die Beine Schienen jetzt noch? Hm. Mal gucken, wann wir dann fertig sind mit deiner Rüstung. Ich brauche eigentlich nur die Tisch... Also auf jeden Fall brauche ich die Tischler-Dinger noch. Wollah. Warum drücke ich eigentlich so doof hin und her? So. Okay. Was brauche ich denn hier noch für? Brauche Buggy-Shoppen und Killer-Käfer. Hm. 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 Und... Was brauche ich hier noch? Oh, den kann ich mir machen. Gibt's denn La Gommie? Ne. Ich gucke gerade, was es so mit La Gommie gibt. So an Waffen. Bewehrlanzen? Weißt du was? Hm. Ähm. Was mach ich denn hier? So. Ich glaube wir machen jetzt einfach mal den... Ähm. Wer ist? Slayagros fertig aus. Okay. Wir versuchen es einfach mal. Es wäre geil, wenn man dann nach Ernte-Tour-Vulkan bekämen. Das würde echt für mich saugeil sein. Ich gehe noch schnell mit der Omari. Vielleicht hat sie was bekommen. So. Dann nehme ich mir aber jetzt auf jeden Fall nochmal eine neue Falle. Ich... Ich will besser gerade ein wenig meine Rüstung haben. Ah. Dann kommen wir vorbei. Lol mit dem Doodle-Sack. Ah. Okay. Cool. Sehe ich das auch mal. Manu, mir fehlt eine Rüstkugel plus, damit ich alles auf zwei Stufen erhöhen kann. Da hat er so einen Co-Pack, aber das sieht geil aus. So. Mal, die Objektprox. Das sieht so geil aus. Der hat einen Schnabel da als Maunder einmal. Was? Der Doodle-Sack vom Kuro-Pack was einfach nur der Schnabel an so einem Sack dran gehängt. Hehehe. Oh mein Gott. Jetzt hat er auch was gewählt. Das hat ja auch was gewählt. Ich hätte dich eigentlich auch nichts gegen, aber... das hat ja auch was gewählt. Was ist denn da für ein Level? Was ist denn da für ein Level? Was ist denn da für ein Level? Weiß ich nicht. Ähm... Zwei. Zwei. Verschreiben wir einfach mal. Lagi... Vielleicht... Haben... Den... Ach... Ich sollte meinen Stift nehmen. Ich sollte meinen Stift nehmen. Hehehe. Ah... Aber der hat... Hat schon hier komplett alles. Von Lagiakros bis auf die Beinschienen. Könnte eigentlich seine Rüstung dafür vollständigen. Und so... Ich hab jetzt einfach mal geschrieben haben, den da zu bringen. Denk ich mal aber... Bitte. Na gut. Komm. Okay. Warum nicht? Wir haben den schon die ganze Zeit ähm... Ähm... Also... Alles nach meiner Nase so ungefähr gerichtet. Ja. Kann man auch mal für den... Auch wenn er jetzt erst so unfrischt drin ist. Ne. Jo. Stimmt ja. Aber ich habe ja keine Sicherheit gegenseitig. Na egal. Lass man da Kombi mal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Abwechslung? Das ist gut. Oh! Verteidigung und Gesundheit Plus. Das ist genau das, was ich möchte. Hm. Ich marsch die ganze Zeit schon. Und gibt auch noch Ausdruck. Ah... Moment. Hallo. Komm schon mal. Ich bin jetzt echt mit nem Doodlesack. Guck's dir an das jetzt. Hast du das schon gesehen? Sieht so geil aus. Mit einem Schnabel von Gorebeck. Oh. Oh, der hat die Lack... Ist das... Da hat er Doppelklingen drin? Der andere hat Doppelklingen. Die vom Lackiagros sind ja cool aus. Mhm. Und weiß ich auch was ich mir hole. Komm her. Ja. Ciao, ciao. 10. Ok. 9. 9. 9. 10. 10. 12.